Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Videos zur KS 7090 Serie von Samsung. Hier vertreten durch das 49 Zoll Gerät. Mein Kollege Stefan und ich haben das Gerät ja schon ausgepackt. Wir haben ihn jetzt angeschlossen. Einmal mit dem Kabelanschluss bei uns verbunden und einmal mit dem Fernseher selber. Ja, und nun wollen wir das Gerät einmal in Betrieb nehmen. Nun hat der Fernseher uns schon einmal begrüßt. Es wurde auch Quantum angezeigt. Vielleicht ganz kurz noch einmal. Die 7er Serie von Samsung ist ja der Einstieg in die sogenannte Premium- oder Top-Klasse der Firma Samsung, wo also ein Panel verwendet wird, ein Bildschirm, der ein tiefes Schwarz zeigen kann, der einen hohen Kontrastumfang darstellen kann, HDR-Inhalte darstellen kann. Gleichzeitig auch die Technologien dafür vorhanden sind, also damit HDR nicht nur gezeigt wird, sondern auch wirklich ein Wow-Effekt beim Bildauftritt. Und wir beginnen jetzt einmal mit der Installation. Neu bei Samsung in der KS-Serie sind die Geräte ausgestattet mit der sogenannten Smart Remote Fernbedienung. Eine, finde ich, sehr schicke und einfach bedienbare Fernbedienung, deren Bedienkonzept schon gleich bei der Installation einmal angezeigt wird. Wir gehen einmal ein Stück weiter. Und jetzt geht es gleich zu Anfang darum, das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden. Er sucht auch schon fleißig die Netzwerke in der Umgebung. Wir wählen unseres ein und geben unser Passwort ein. Im nächsten Schritt geht es darum, einigen Geschäftsbedingungen, Datenschutzrichtlinien zuzustimmen. Das kürzen wir jetzt einfach mal ab. Ich bin halt gutgläubig und stimme erst mal allen zu. Nun wird das Land ausgewählt, Deutschland. Und jetzt könnt ihr auswählen, wie ihr das Gerät betreibt. Reiner TV-Empfang, das heißt direkt das Gerät als Empfänger auszuwählen. Oder ihr habt eine externe Box dran, zum Beispiel einen Sky-Receiver und möchtet gerne über den gucken. Oder ihr benutzt das Gerät vielleicht einfach mit einer Playstation und habt gar keinen Fernsehempfang. Dann könnt ihr auswählen, ich empfange ja kein TV-Signal. Wir wollen jetzt einmal Fernsehempfang. Ich wähle mal den TV-Empfang an. Hier wird jetzt noch ausgewählt, welche Empfangsart. Das Gerät hat ja drei Empfangsarten. Einmal DVB-C für Kabel, DVB-S für Satellit und das neue DVB-T2 für terrestrischen Empfang. Wir wählen Kabel aus. Ich möchte hier jetzt nur den digitalen Bereich haben. Und wir entscheiden uns für alle Sender. Mit einem Druck auf Scan sucht er nun erstmal den ganzen digitalen Kabelbereich durch. Nun ist die Sendersuche abgeschlossen. Wir gehen also einen Schritt weiter. Hier wird die Uhrzeit noch mal synchronisiert. So, wir können unser Samsung-Konto registrieren. Das überspringen wir einfach mal. So, jetzt sind wir im laufenden Fernsehbetrieb bereits drin. Auf den ersten Eindruck liefert der KS 7090 ein Bild, wie wir es aus den Premium-Klassen von Samsung kennen. Knackig, schöne, kräftige Farben und eben auch ein guter Kontrast im Bild. Das Bedienkonzept mit dieser Smart Remote ist schon nach kurzer Eingewöhnung, finde ich, sehr überzeugend. Man kann also hier einfach nur mal die Home-Taste betätigen und schon könnt ihr auf eure Apps, das heißt, ihr seid ruckzuck bei YouTube, bei Maxdome und ähnlichem drauf. Das schließen wir jetzt einfach mal wieder. Und genauso einfach ist dann auch die Auswahl der Programme. Wir drücken einfach nur mal einfach auf Channel, wie Kanal und schon blendet er die Kanalliste ein. Und wir können einfach von einem auf einen anderen Fernsehsender wechseln. Eine, wie ich finde, sehr schöne Funktion der 7090er ist die Möglichkeit, Fotos, Videos drahtlos von euren Mobilgeräten direkt auf den Fernsehers zu streamen. Dafür gibt es von Samsung die sogenannte Smart View App. Jo, jetzt wähle ich einfach eines meiner Fotos aus. Und schon, schwupp, wird es auf dem Fernseher angezeigt. Den Samsung 7090 könnt ihr in Sachen Bild nach euren persönlichen Vorstellungen einstellen, indem wir einfach auf die Haustaste klicken und gehen einfach mal nach links rüber zu den Einstellungen. Und da seht ihr schon, dass für die Einsteiger die Möglichkeit besteht, einmal den Modus zu wählen. Das heißt also, das Bild verändert sich, indem wir einfach einen Grundmodus verändern. Und für die Spezialisten unter euch gibt es natürlich die Experten-Einstellungen. Und in denen könnt ihr dann nicht nur Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Bildeinstellungen, digitale Aufbereitung und Ähnliches einstellen, sondern auch die Bewegungsschärfe verändern, Grauwerte verändern. Also, der Samsung ist eine herrliche Spielwiese, um das Gerät wirklich aufs Optimum zu treiben. Falls ihr da nach dem Kauf des Gerätes Fragen zur Einstellung habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ich finde 7090er ein klasse Gerät, wunderschöne Optik, HDR-Unterstützung, Quantum-Dot-Display für überragende Kontrastwiedergabe. Soweit die ersten Infos zur neuen KS7090-Serie von Samsung. Die Geräte stehen ab sofort zum Ansehen bei uns im Laden bereit, sind in unserem Online-Shop erhältlich. Falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, nehmt gerne zu uns Kontakt auf unter Telefon 040 41 00 45 40 oder per Mail unter shop at thomas-elektronik.de Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Besuch oder auf euren Kontakt. Bis bald mal wieder aus Hamburg. Tschüss! Bis bald wieder aus Hamburg. Tschüss!